Darmgrippe Darmgrippe 60 FPS Erste Mal Wir müssen kurz Pause machen und das zu lesen Merzbaum Ähhhhh, geh ja aus Hier gehen wir ganz hoch an den höchsten Punkt der Burg und fangen einfach an so Stein für Stein die auseinander zu nehmen Da drüben, hier Die Wante ist wohl Sie sind in der Mauer Da drüber Der Blefurt kommt auch noch Was ist denn Jen in dem Turm? Aus sieht's wieg es, guck mal Vögel In so'n Distress Soll ich nicht hier oben Gürz legen oder soll ich den Buben hoch? So nen kleinen Klappstuhl Das ist komisch, es gab kein Quicktime Event Du darfst pausen Du darfst einfach sterben, dann Spaß Ehhhhh Ehhhhh Waste Ehhhhh Waste Du wirst Niemals wieder etwas Erotisches BDSM-Artigen finden Wir dürfen Ehhhhh 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 Was? Siehst du nicht so glatt? In der Camp? Ich muss es ja genau hinblenden. Achso, ja, ja. Aber... ...undrückst du nicht her? Mal... Ich hab... Ich hab... Ich hab genug Menschen getötet. Ich hab jetzt PTSD. Prost! Das ist vom Computer. Scheine sehr breite.